Willkommen zum täglichen Wetterbericht. Es weht ein warmer Wind, die Glühwürmchen sind schon unterwegs, es hat 18 Grad, der UV-Index ist auf Null gesunken, das freut uns alle sehr und ich höre im Hintergrund schon etwas in der Pfanne brutzeln. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend in dem Fall.